Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü so scheiß drauf wir bekloren trotzdem unsere Nachbarn aber diesmal hab ich gesagt so nein wir lassen alles so wie es ist weil ich einfach im spiel hier nichts verbacken mehr will so ich geh jetzt einfach nochmal in die tolle Mine in die Mine, in die Mine, geh wir, oh yeah yeah das wäre eine dieser Truhen, ja ja, entschuldige so, Heps, Alepsa bisschen Musik Heps ich glaub ich glaub Ratzsicherheit geht nicht total falsch Mine Ach, ich hasse das keine Minen ich soll mir echt mal merken wo die ist da hilft mir auch nicht total aufbauschende Musik denn ich weiß wo die Mine ist ja bis in der nächsten Ernte werde ich erst schon mal sparen, dann wird es halt erst mal ein bisschen auch ein bisschen mehr an Ernte farmen und so ne Heps da ist mein gewünschtes Lied Breath of Fire 4 äh Breath of Fire 3 Ich kann mal hinten fragen ob es wieder Probleme gibt bei irgendjemandem was macht ihr beide denn da hi ähm irgendwelche Gerüchte komm was los okay schön dass die sind das ist plaudern oder oder nur auf den Kohl zu fressen bam bam das ist echt klasse wir haben kein Geld ehrlich ehrlich das ist ein bisschen problematisch wenn man kein Geld was ist das denn da eigentlich was ist das denn hier also ich bin hallo hüpf also gebaut hab ich das da nicht lol Heps ach guck mal da ist noch ein Dienst noch ein Fossil wie viel wie viel bringen wir eigentlich so ein Postil hier hin kann nicht verkauft werden super wie war das nochmal mit dem Typen damals der war doch irgendwie so ein komischer Schmetterling oder so und ich dachte was upp ich bin ich bin hast du Also, man hat ein bisschen gewüstelt. Was? Achso. Ja gut. Äh... Da. Vlog, meins. Ne? Alle meine Ente. Wus, 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 wus. Wus, 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 wus. Meins. Dun, 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 dun. So. Wir müssen den Fußgängerweg hier noch mitnehmen. Wait. Wait. So, her da. Ja, komm. Ja, komm. Mit. Meins. So, so. So. Perfekt. Perfekt. Perfektumundu. Hier mit dem hier. Hässlichen Weg hier. Tschüss. 32. Ja, im Sommer können wir auch ein bisschen Saat farmen hier. Also, wenn wir... Ja, weil die Büsche uns so umsensen. So. Ich hoffe, wir brauchen schon mal weißen Pilz. Die Champions, weil... Wir wissen ja, für das Pilzresort hoch, haben uns damals die Champions ungemein gefiel. Spitzhacke. Spitzhacke. So. Ich würde zu der Zeit, wo wir... ...dann das mit den Dings anfangen hier mit den, mit den, mit den... Mit dem Museum haben wir wahrscheinlich um 50 Fossilien oder so ein Kram. So. Danke. Eieieiei. Heps, Heps. So. Guck mal hier zum Beispiel. Können wir perfekt den Angelplatz machen. Ah. Da so ein brauner Pilz und mir irgendwie ja noch mit. Ich gucke mal auf diese kleinen Kästen oder so. Ob die irgendwie kleine Kästen sind. Schatztrum sind das ja. Obwohl da ja meistens auch nur Crab drin ist. Crab! Ups. Da. Ich habe eine gefunden. 200 Blätter. Yay. Das sind aber auch fies. Sie sehen aus wie so Eicheln fast schon, ne? Die Truhen. Da, da, da. Oh, habe ich sie gefunden. Aber nee. Das sah fast so aus, als wenn hier die Mine wäre. Was haben wir denn heute für Musik da drinne, ey? Was ist denn so? Die Badezeit. Ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, ich weder Pilze noch irgendwelche Fazilien. Oh, Axt und Hände? Oh. Vielleicht kann ich es mitnehmen. Also kaputt machen wollte ich es jetzt nicht. Weiß. Weiß. Witt, witt, witt. Witt. Vielleicht finde ich ja hier jetzt noch schon mal ein paar Saatgut. Aber gerade eher weniger, wie es scheint. Bam. Gerade weil er mir keine Saat geben, wie es aussieht. Pizza. Pizza. Und wir sensen, los. Das macht er absichtlich, weil ich jetzt gezielt gerade auf Dingsuche gehe, auf Saatgutsuche. Deswegen gibt er mir jetzt gerade keine Saat hier. Meinst? ivity,強ste, so. Hauptsache, ich bekomme weisse Blätter. diese dämlichen weißen blätter bekommen und zack hab dich ach jetzt kommt er einmal hier bitte nichts na komm, geh wir schlafen geh hin, wir einfach mal schlafen Luffy hat dein Geschäckchen gebracht, schön eine Sonnenbrille wirklich? so Luffy hat Hunger, bitteschön so fangen wir das von der Füße rein dann baue ich mal ganz kurz ein Haus mit der Formode komm, wir maximieren ins Haus der geht ja auch bei allen rein also können wir bei ihm reingehen da da zieh dich um nein, ich zieh mir nicht um ich zieh mir was auf eine schicke Brille eine Sonnenbrille, weil die Sonne so scheint blendet mich noch ein brauner Pilz so, wie sieht's aus hier der ist in der Antabar der nicht, der nicht, der nicht oh der hm, der Rest brauner ist ja schon wieder ein Pilz habe ich den ganz noch nicht wegkümmern den da da ist auch noch einer zack flieg da sie hockt und los da, das ist gut und dann gib mir auch ein Kiegel ich will hier Saatgut haben und zack da, gesehen oh, jetzt aufpassen dass sich die Pflanze nicht zerstört dort hier, die gemischte Saatgut zum Beispiel auch ganz gut nehmen dann für den Sommer dann haben wir zum Beispiel neben der Erdbeersaat die ich dann holen werde oh wird vergessen hier sonst nichts okay zack ja, warum braucht man nicht klein machen da kriegt man so nur irgendwelche Paddles dann meistens aus papsch das ist entspannte Musik ach, die Pubertät schlägt mir wieder zu so guck mal, die kann man nicht mehr kaputt machen kann man die jetzt endlich mal verlegen tatsächlich hey hey hast du gehört? hm hab ich noch irgendwo Erde drin? glaub nicht hm hallo Mario Kart da 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 ich würde gerne die Löcher in meinem Weg ausbessern das würde ich gerne tun ja da 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 wo kommt Musik ey Eichel, Eichel Eichel So, wo waren denn die Löcher? Hier Wollen wir natürlich ausbessern Mit nicht passendem Gras Meinst du mal, ne? Da, 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 da So Perfekt Fangen wir die Erde mal weg, falls wir sie nochmal brauchen So Hier habe ich auch noch ein bisschen was So Tja Boah, da wollen wir leider noch warten Hier der Kuhstahl Oder Schweinestahl Ja, Kuhstahl wäre am besten Ah, hier sind noch welche Kacken wir die auch noch ein bisschen Ja, mal klein Nein Nein Geht das nur auf meinem Feld? Das kann doch nicht sein Schwupp Das wird doch hier irgendwo Saatgut geben, oder? Sieht gerade irgendwie nicht danach aus Leider Ich sehe den Wäh, bei, 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 bei Hier auch nichts Eine Ah, das ist noch die zweite Dance, Dancemusik Oh, wieder weißer Pilz Sehr schön Wieso geht das denn hier draußen nicht? Das ist so ein bisschen verwunderlich Dass man hier draußen keine Saat bekommt Für sich nichts Keine Saat Schade Oh, mir war es noch mit dem Boden ausbessern Nur Leute, das hat ja hier gerade nicht so viel Deswegen bin ich die Folge mal für heute Ich weiß ein bisschen früher als sonst Bald werden auch wieder längere Verfolgen kommen Aber derzeit ist so ein bisschen Die Müdigkeit anhand Also, Freunde, bis dann Ciao, ciao Wauw 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 Untertitelung des ZDF, 2020